hallo und ein herzliches willkommen meine lieben ich wollte eigentlich gerade eine kurze pause machen aber unsere weiße hai hat ein junges bekommen und weiße haie sind ja gefährdete tiere da verliert ich gleich mein kopfhörer und wir haben für dieses ereignis 25.000 dollar bekommen geil wieso rutscht mir jetzt mein kopfhörer runter jetzt ist halt interessant ob das hier nicht so klein ist okay dann möchte ich gleich wir müssen hier noch dings zu machen die pumpen ja wobei die pumpen eigentlich das lassen können wäre nicht schlimm gewesen mir rutscht mein kopfhörer das geht gar nicht so jetzt möchte ich ein delphin becken die größe passt die pumpe war natürlich jetzt umsonst das ist schon klar und umso mehr ich baue umso mehr leckt mein ganzer pc und umso mehr ruckelt das spiel das ist wahnsinn obwohl das spiel schon so alt ist blubbel blubbel ach du scheiße mach gesund mach gesund wenn einer krank ist sind alle krank Da hatte ich so einen drinnen. Gut, okay. Jetzt hau ich hier mal den Tümmler rein. Aber den hier. Einmal. Zweimal. So, um Pflanzen. Ja, was für Pflanzen? Seetank. Okay, kein Problem. Können wir machen. Wir haben, glaube ich, eh alles freigeschaltet. Ich möchte mal ganz kurz gucken. Ja, wir sind durch. Könnten wir nur noch neue Tiere bekommen hin und wieder mal. Dann hätten wir trotzdem, glaube ich, wir haben fast alle. So. Oh. Das war unser Monster von Loch Ness, das gerade gestorben ist. Geht, das ist zu viel. Noch mal da mittendrin eins raus. So, dann was wollen sie noch? Steine, glaube ich, war sehr Felsen. Zwischendrin kaum Luft gelassen. Okay, das ist zu viel. Ähm, wollen die irgendwas haben zum Spielen oder so? Stimmt, versunkenes Schiff oder so. Nein. Ja, der sein kann eine Scholle. Nein. Ähm, wo ist denn das da? Auch nicht. Hm. Da ist alles drinnen. Kann da höchstens nochmal hier so ein paar Bälle rein. Hämmern. Zwischendrin die großen Bälle. Und das war's. Voll süß, der kleine Mini-Hai. So, und jetzt noch ein Käfig. Ne? Jetzt auch. Was? Hm. Du musst halt wieder da rüber gehen, Jerti. Dann müssen wir rein theoretisch halt doch hier zumachen, wenn sie dann doch nicht damit klarkommen. So. Das ist denen auch lieber. Okay. Dann passt's ja. So, dann können wir hier die Tümmler-Vorführung auch noch machen. Ähm, Tümmler. So. Alles mal rein. Das müsste ja eigentlich eine Vorführung sein, wo ihr alles raushaut. So, nochmal alle zwei Sachen hoch. Zack. Nein. Zack. Und dann können wir schon nichts mehr reinfügen. Okay. Das ist natürlich auch hart. Ähm. So. Das binde ich hier mit an. Ist ja kein Thema. Die schwimmen ja da nicht durch und so. Und zwar möchte ich jetzt hier die letzten Tiere haben. Das ist einmal. Zweimal. Und ich sehe schon, das Geheg ist zu klein. Weil die Monster einfach zu groß sind. Wobei es vielleicht gerade so noch geht. Mal gucken. Mehr Pflanzen. Was für Pflanzen wollen die? Seetang. Ist aber ein anderes Seetang, oder? Seetang. 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 Okay. Rein theoretisch dürfen die Tiere nicht einmal durch die... Ach, mir Jungs. Durch die Öffnung passen. Rein theoretisch. Mal auf die Uhr gucken. So. Ein paar Steinchen. Ich bin gerade erschrocken, weil mein Hund hat gerade aufgehört zum Atmen. Beziehungsweise der Bauch hat sich nicht mehr bewegt beim Atmen. Deswegen habe ich jetzt gerade da ein bisschen drauf geguckt. Dann plötzlich... Das war gerade ein bisschen gruselig. Der ist krank. Und somit habe ich gesagt, den nehmen wir dann heute mal zu mir mit, weil es ihm eben nicht gut geht. Aber wir wissen noch nicht, was er hat. Jetzt wollten wir einfach mal abwarten, bevor wir voreilig zum Tierarzt rennen. Und dann einen Haufen Geld ausgeben. Macht ihr da? Versucht ihr da gerade wirklich die Scheibe kaputt zu machen? Bevor wir halt Geld ausgeben. Obwohl bloß Magenverstimmung halt oder so. Zu flach? Ja, haben wir schon gedacht, irgendwas stimmt nicht. So. Und jetzt müssen wir sparen. Oh, weiße Heilvorführung. Warum ist der nicht zufrieden? Schwertwähle. Schwertwähle. Wale. Die können hier nicht rein. Gucken wir mal. Vielleicht wollen die irgendwas zum... Nein. Nein. Ähm. Zum Spielen. Ich verstehe nicht, warum es denen nicht gefällt. Haben wir hier noch eiskalt so einen Weg hier rüber. Damit die Leute hierher finden. Weil die laufen hier nicht normalerweise nicht rüber. So. Ah, das sind gerade die weißen Haie. Stimmt. Und das Baby bleibt natürlich drin. Das ist noch nicht ausgewachsen dafür. Hm. Hunger. Ja, weil es fühlt sich nur in einem Becken wohl, aber... Naja. Ja, ihr kommt ja bald wieder raus in euren Eigengehege rein. So. Ich muss bloß ab und zu auf mein Handy gucken, dass da das explodiert vor Nachrichten. Hey. Was haben wir denn? Mädchen, Bubi? Bubi. Oh, Bubi. ausgewachsen wird es wieder verkauft. Bringt nämlich einen Haufen Geld. Tyrann. Tyrann. Vielleicht nichts anderes rein. Ich bin halt ein bisschen... Aber der Park schaut so scheiße aus. Ich bin nicht zufrieden damit. Was kann man noch reinbauen? Vielleicht hier mal so ein paar Klos und sowas. Wäre vielleicht gar nicht mal so schlecht. Ein bisschen was für die menschliche Rasse. Toiletten. Toiletten. Toilets. Pizza stand. Ja, braucht man jetzt eigentlich nicht. Toiletten wollte ich. So. Nebenhin machen wir das. Dann machen wir noch hier überall. Wer hat Nachwuchs gebracht? Ich habe es nicht gelesen. Überall so. Mülleimer hin. Ja, unsere Nessi ist alleine. Leider. Aber sie fühlt sich wohl. Wenn die sterben sollte, kommt ein anderes Tier her. Ja. Ja. Moment, wer ist Rita? BTF. Braucht ihr einen extremeren Zaun, oder was? Da. Sie hier ist sicher. Hallo? Egal. Ist schon wieder alles in Ordnung. Habe ich mich schon drum gekümmert. Ich will mich trotzdem hier einen nehmen. Und den dann mal ganz gepflegt. Gucken, ob der Kleine den schon angreift, aber ich glaube nicht. Oh. 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 Ich will Spannung und Spaß. Töte sie. Tötet sie. Töte sie. Nein, weiter heißt krank. Sehr krank? Okay, ich muss mich um meine Tiere kümmern. Warum bist du krank? Warum? Kann kein... In diesem Gehege ist so viel Kot. Warum räumt da keiner da weg? Ich hab bloß eins. Warte, machen wir mal größer. Bin du wieder ganz alleine? Nee, da ist nur einer. Okay. Ja, ja, ich wollte das... Ich setze dich jetzt mal da hin. Und dann tue ich dich mal da einen hier hinsetzen. Das sollte ich gleich gesund machen. So, und wie geht es dir? Bin du auch krank? Ja, du bist auch krank. Setze ich dich jetzt da auch hin. Und du bist auch krank. Du tust ihm so auch da hin. So. Und die Haies sind auch krank. Warum sind die alle krank? Hm. Geht's euch? Ihr seid zufrieden. Okay. Wenigstens ein paar. Kann ich euch irgendwie ganz auswählen? Was macht ihr hier hinten? Gefressen werden. Okay. Ich möchte jetzt echt so ein Schwimmbecken den ganzen machen. Weil es echt ganz gut ankommt. Und es ist wirklich so süß. Das schaut so goldig aus. So jetzt hier machen. Und das, glaube ich, hier Delfin reiten. Ja. Ja. Da. Ja. Ja.